Diesen jetzigen Kanal, also TGW, zu einem neuen Kanal zu machen, sozusagen, oder einem Together-Kanal, oder was auch immer. Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Info und der Buildit mit dem TGW. Und dem David. Aha, ja. Und es geht in 20 Minutes, nein, nicht Minutes, in seconds, zum Glück. Los. Ja, ähm, Buildit kennen wahrscheinlich die meisten von euch, oder auch nicht, ist mir auch schussig. Ja genau, also es muss immer einer in die Mitte, der muss schnellwand bauen und so, und die anderen muss erraten. So, wie, ähm, jetzt, 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 jetzt. Ach, wie heißt das nochmal? Das mit den komischen Blöcken. Ja genau, mit den komischen Blöcken, ja genau, Minecraft vielleicht. Irgendwas extreme. Genau, wir wollten ein paar Infos raushauen, aber ich kann nicht denken dabei. Warte, was heißt denn dat? Warum haben das alle? Hast du das auch? Ja. Pod, willst du mich gerade verarschen? Pod, da hätte er, hätte er eine Pfeife machen müssen. Nein. Ja, nein. Ach, ich bin so schlecht in dem Spiel, ey. Ja. Ich wette, wir müssen das doch als Hintergrunddings da machen, weil wir das wieder nicht schaffen. Nein, das können wir nicht durch Hintergrunddings machen, das ist ja so auf hart. Hä, 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 was ist das? Warum habe ich kein Optifine drin? Wir konzentrieren uns jetzt einfach auf, darauf, dass wir euch überall was informieren wollten, was die Zukunft seines Kanals, ich habe vergessen, wie ich den Satz anfange, betrifft, das was. Ja, genau, betrifft, es betrifft. Ja. Äh, willst du sagen, um was geht? Nein, 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 sag du mal, sag du mal. Okay, es geht darum, dass wir, da wir ja eigentlich hauptsächlich zusammen was auf diesem Kanal gemacht haben bis jetzt, dass wir... Ja, außer so Mod-Vorstellungen und Tutorials und so. Dass wir überlegen, unseren Kanal zusammenzulegen. Dass unseren Kanal zusammenzulegen. Oder diesen jetzigen Kanal, also TGW zu einem neuen Kanal, zu machen, sozusagen, oder einem Together-Kanal oder was auch immer. Was baut denn da? Ja, hab ich mich ja auch gerade schon gefragt, ey. Ey, was soll da sein? Ein Auge vielleicht. Probier's mal. Nein. Nicht. Ja, ähm... Ja. Wir haben uns auch überlegt, sollten wir einen neuen Kanal anfangen, ja, da ist aber die Frage. Wollen wir das? Eher nicht, oder? Äh, nein, 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 das wäre ja ein bisschen blöd, so, ne, denn, ähm... Ja, haben wir uns halt überlegt, so, ne, das ist es besser, wir lassen es jetzt bei diesem Kanal, ne. Wir nennen den ein bisschen um, nur das Problem ist, wir wissen, noch keinen Namen. Also, falls euch irgendwer einen coolen Namen, ein Fan von so einem Kanal von uns beiden so, irgendwie die Windelscheißer oder so, ne, aber... Ja, okay, äh... Ja, wenn, dann schon intellektuell Ansprüche... An! Weißt du überhaupt, wie intellektuell geschrieben wird, oder was? An! intellektuell an jetzt wie heißt das aber jetzt zum Affen an hat schon wieder das gleiche Wort intellektuell an in in der Leckerei Lagen B ich weiß nicht was du sagen willst er ist ein Wunschatz ein Wunsch ja genau auf jeden Fall die ja wir wollen unsere Kanal zu oder er wird er gewöhnt und so kann man aber werden 9 Prozent werden ein eigenes Kanal zu einem neuen Kanal umgestalten so genau also es werden jetzt nur noch Videos von uns beinkommen oder vielleicht halt auch mal nur Videos von David alleine er hat ich werde mich dabei also bei mir wird er so ich werde mich eher auf diese typischen Spiele wie halt was weiß ich Battlefield Call of Duty Warface ja halt mehr die Ballerspiele mehr die Spiele die mir so Spaß machen ja wenn auf meiner Seite sozusagen von meiner Seite her kommen und von dir halt mehr wenn du vielleicht vielleicht auch mal das Strategiespiel bei dir oder eben hauptsächlich Minecraft Modvorstellungen oder vielleicht wird auch ein neues Projekt wie zum Beispiel Feat the Beast kommen ja genau irgendwie so weit da wollen wir uns auch noch was überlegen ja und ja hab ich nicht gut ey haha was ist das was hast du Schert was Schert das ist zwar kein Scherter aber egal das ist ja er will ja mal ob wir das verwenden ich glaube schon oder doch er ist doch nicht schlecht hier ne na ich hab schon einen Punkt ha ha ich bin besser als du er 0 ja nicht schlecht ja er er ist er möchte natürlich in der Beschaffung genau auch genau ihr könnt ja auch mal in die Komet um die in der Hälber bewerben es ist es ist für die Kobis schreiben ob ihr das Ticket ob ihr das Prozent weiter wollt also wenn wir das machen ob ich das dann auch fertig hoch an sollen die 50.000 die schon noch ab ich Frau aus was könnte das sein Bist du noch da? Ja klar Ich hab's doch Ich hab's mit einem eh zu wenig geschrieben Willst du mich verarschen? Oh was, wie soll ich das bauen, Alter? Gut, jetzt komm, jetzt Das können wir noch drin lassen, jetzt ist der dran Ja, Mann Wie soll man das bauen? Alter, nein Ah, warte Boah, ich mach's jetzt einfach irgendwie, ist mir völlig wurscht Ja, haben wir sonst noch was zu sagen? Nein, nein, der Retard schreit Was? Was hat der geschrieben? Retard, trottel Oh, mein Gott Weißt du das etwa, ne? Nein, nicht, war das nicht Oh, die werden das eh nicht erkennen, hier wetten Ich sag dir dann nicht, ey Nein, brauchst man nicht zahlen Nein, schon nicht So, dadam, dadam, dadam So, und dann noch's runter Lalalala Lalalala Wetten alle werden lachen, wenn ich damit fertig bin Brauchst du's annähernd zu? Nein, überhaupt nicht, ey Aber du musst mir danach sagen, wie du das gebaut hättest, bitte Okay Ja Das wird eh keiner herraten Ich überleg dabei, gibt's sonst noch was zu sagen zu unserem neuen Server? Äh, Server Oh, Gott, ich hab mir gefreutet Gehreutet Genau, wir können ja auch noch So, um so ein Kanal prägt Ihr könnt ja auch noch mal in die Kommentare schreiben Was ihr hier so sehen wollt So für Spiele, oder Ähm Irgendwelche Let's Plays von irgendwas Oder mehr Minecraft Oder was weiß ich Hä? Galaxy Ja, wie würdest du das bitte bauen? Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung, genau Lustig, lustig Tralalala Ich wollte halt so ein paar Planeten bauen Hat einer Pfad geschrieben, Furz Was könnte das heißen? Da müssen wir es einfach noch die Runde zu Ende nehmen Ja Hm Was soll das sein? Hm 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 Schwierig, schwierig Genau, ich würd sagen, wir überlegen und sollen auch noch so ein Uploadplan und so, ne? Das ist dann noch ein bisschen Was? Was ist es bitte? Ah Hab ich richtig geschrieben, oder ist es das nicht? Was ist das? Pudding 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 Hahahaha Was? Burger? Wo ist das bitte ein Burger? Ja, sich sehen, Salat zu warten Für mich ist das kein Burger, für mich ist ein Burger was Leckeres Ja, das war aber auch keine Burger Und das sah nicht annähernd lecker aus Hahahaha That not even Burger, ja, deine Mutter ist not even Burger Ja, er gibt mir recht, sehr logisch So, dann das Black Black Hole Was der hat? Ich dachte, ich hab's, weil ich das in jedem Moment eingegeben hab So, was, was Wieso weiß der das bitte? Also, ich hab's gemacht Harmonik Wieso, ist das eine Harmonika? So, wer soll ich das bitte gewusst haben? Hahahaha Hey, du hast überhaupt keinen Skin Wurr 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 Ja, sag's mir schnell Dann, wenn du das bauen musst Prozent so das wird lustig mit der Bauteil es wird so noch viel schöner als meins tust tust es meins war das ist eindeutig ein brauner Wolle Block jetzt mich verarschen wie soll ich das bauen wir haben beide so scheiß Wörter ey das gibt's nicht warte mal ich hab eine Idee vielleicht erraten es wäre sag's mir dann errate ich es auf jeden Fall Prozent Projekte Projekte weil ich das da dann wüsstest Fock 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 Prozent Prozent der Heike Lauston ist das genau Was wird das? Alter! Was wurde? Wenn ich das jetzt wieder nur falsch geschrieben hab. Was? Was heißt das? Bohne! Bohne! Oh mein Gott! Superbohne! Die Hyperbohne! Alter, warum hab ich keine Ruhe? Okay, hast du die Aufnahme beendet? Äh, nein, noch nicht, wieso? Auf jeden Fall, ja, genau. Das waren jetzt so ein paar kleine Infos. Wie gesagt, schreibt in alles wohl in die Kommentare, was ich schon im Video gesagt habe. Aber ich will es jetzt noch nicht mal an und nicht noch mal alles wiederholen, ne? Schnell 9,30, dann können wir weiterreden. Ja, ist ja gut! Das ist jetzt zu Ende, das ist gut, nein! Komm, ihr 9,30! Ja, ich bin ja schon on the way! Wo ist 39? Bitter drin? Nein! Ein paar Sekunden zu spät. Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Video wieder. Tschüss! Ho, 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 hoos! Musik 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 Musik